Harry, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Dominik, Manuel. Wir sind froh, solche Experten wie euch hier zu Gast zu haben. Vielen, vielen Dank erstmal für eure Zeit. Herzlich willkommen im High Pressure Podcast. Herzlich willkommen. Wir schätzen sehr, dass sie diesen langen Weg, das müsst ihr alle wissen zu den Schuhschauern, hier Dominik und Manuel, die sind den ganzen Weg unten von Köln gekommen. Das war ein langer Weg. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen, Mats. Wir freuen uns. Das wird eine richtige geile Folge. Zwei sehr beschäftigte Geschäftsmänner. Stellt euch bitte ganz kurz vor für unsere Zuschauer. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was zeichnet euch aus? Und ja, woran seid ihr Experten? Bitteschön. Ja, mein Name ist Dominik Amian und ich bin im Automobilhandel tätig seit 2007. Wir verkaufen besondere Fahrzeuge weltweit und markenübergreifend. Und ja, das ist meine Person. Super. Ja, mein Name ist Manuel Draht. Ich arbeite auch schon mein ganzes Berufsleben im Automobilbereich. Angefangen als junger Mann bei Bentley hinweg zu Rolls Royce und nun beim Amian Collection Cast, beim Dominik Amian. Ja, so viel zu meiner Person. Ja, herzlich willkommen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese nette und dennoch aber sehr zurückhaltende und bescheidene Vorstellung von euch beiden. Wir schätzen, dass ihr sehr bescheidene Persönlichkeiten seid. Es ist aber so, Leute, dass ihr wissen müsst, bei Amian Collection Cast werden also keine C-Klassen verkauft, sondern da bewegen wir uns wirklich im Hyper-K-Segment. Um das mal ganz klar sagen zu können, Mats Christensen war selber dort vor Ort. Kannst du mal kurz erzählen, Mats, was waren deine Eindrücke dort und wie war dieses Erlebnis für dich, bei denen im Hause zu sein? Ja, ich sehe es schnell über diese Reise. Ich war ja unten beim Rolls Royce in Köln, weil ich musste zum Service. Und Manuel ist ja ein guter Freund von mir. Wir haben uns auch kennengelernt durch Rolls Royce, wo er war damals, wo er da war. Und der wusste schon, dass ich auf dem Weg nach unten war und da hat er mich eingeladen. Den Tag der Nacht, das hat einen Tag gedauert, der Service. Und ich hatte nicht so große Vorstellungen und ich hatte auch nicht so richtig nachgeforscht. Ich wusste nur, dass er bei einer luxuriösen Car-Dealer angefangen hatte zu arbeiten und er sagte, Mats, ich verspreche dir, wir haben momentan so richtigen, die würden dich schon beeindrucken, die Aussage. Aber ich will nicht so viel sagen. Ja, okay. Und wir waren auf dem Weg, Jan und ich, du kennst ja Jan. Ja, dann sind wir da hingekommen und dann, I was blown away. Dann kam ich rein, Digga. Und da stand nicht nur ein, nicht nur zwei, nicht nur drei, aber vier Veganis. Und der eine ist ein aus drei und der andere ist eins auf fünf. Und wir reden schon in die 20-Millionen-Euro-Klasse. Wow. Also das war schon und das ist ja nur eine ganz kleine, eigentlich soll ich nur da eine Stunde. Aber wir haben uns so gut verstanden. Du und Digga sowieso, aber mit Dominik auch. Inhaber von Armin Collection Cars. Und auch Dankeschön, dass du mich so gut entgegengekommen hast. Das war wirklich eine, was sagt man in Deutsch, deine Gastfreundschaft. Sehr gerne. Und das war ein sehr großes Erlebnis für mich. Ich hatte mit Gefühl, Harry, wie so eine kleine Junge, der einfach hoch schaute. Im Autohimmel. Ja, das war wirklich Autohimmel. Das war ein sehr, sehr großes Erlebnis für mich. Und das ist auch damit geendet, dass ich fast da fünf Stunden war. Und am Ende sind wir in Essen gegangen bei Michael Schumacher's Go-Kart-Track. Wie ich verstehen kann, auch eine der größten in Deutschland. Also Michael Schumacher, die Kartbahn gibt es ja nur einmal. Und ja, natürlich gerade sehr emotional im aktuellen Momentum mit Michael und natürlich für uns auch eine emotionale Sache. Aber es gibt nur eine Kartbahn, soweit ich weiß. Das war auf jeden Fall sehr große Erlebnis für mich. Und alle diese Autos. Und dann, wo du gesagt hast, Mats, wir zeichnen dich mal alle die Autos. Und das sind wir von der eine Halle nach der anderen. Und ich bin ja so einer auch genauso wie Harry. Ich glaube auch, das ist der Grund, dass wir uns so gut versteht. Auch über die Jahre. Aber ich schaue auf jeden Detail. Und was ich schön fand, war, dass ich das alles vom Boden gebaut habe. Ihr habt alles gebaut für deine Firma. Und also das war, das war Wahnsinn. Aber den Auto, was ich am schönsten fand, natürlich finde ich die Bekannten Wahnsinn. Also wenn man als Mann oder Frau, dass es so ein Auto nicht schön findet. Aber den KTM, der Batmobil, da war schon sehr beeindruckend. Und da musst du uns auch von erseelen. Das ist um die Schuhschau. Das würden wir auch euch zeigen. Ich weiß, unser guter Kotter erstmal. Großen Lob auch an unser Stefan. Wir müssen wir hier Stefan ein bisschen hypen. Groß und Dank geht raus an Stefan Zimmer, ohne den all das hier nicht möglich wäre. Danke einmal an der Stelle. Genau. Und er würde das schon alles einblenden, die verschiedenen Autos. Einmal das KTM-Batmobil einmal hier einblenden. Ja, genau. Er hat es schon besonders gut gezeigt. Also das war schon Wahnsinn. Und da fand ich auch, wenn man jetzt gerade über den Auto spricht, jetzt sollen Leute mich nicht missverstehen, aber bei dir in deinem Autohaus ist das ja schon ein Beschneiden. Also der Preis war ja, ich würde jetzt sagen, im Vergleich zum die Autos, was du da stehen hast, nur zwischen 500.000 und 600.000 Euro oder sowas hattest du erzählt. Ja. Und ich finde schon, das war auch schon so ein Auto, das ich auch gern vielleicht irgendwann kaufen wollte. Ja, also erstmal vielen Dank für die netten und tollen Worte. Also freut uns sehr, dass es dir gefallen hat. Und natürlich freuen wir uns immer, wenn du oder ihr beide uns besuchen kommt. Also das vorab erstmal an dem Punkt. Ja, natürlich. Wir sind auch bemüht, nicht nur diese ganz exklusiven und sehr hochwertigen Fahrzeuge zu liefern, sondern für uns liegt halt diese Exklusivität nicht immer nur am Preis, sondern es kann auch vielleicht ein Ferrari sein, der irgendwo 100.000 Euro kostet, aber eine tolle, besondere Historie hat oder eine tolle, besondere Ausstattung hat. All die Preise, die natürlich jetzt gerade mal so bei Pagani erwähnt worden sind, die gab es natürlich auch nicht am Tag eins, wo die Autos ausgeliefert worden sind, sondern die haben sich natürlich über die Jahre hinweg entwickelt. Und das ist natürlich Teil unseres Jobs auch, das so ein bisschen mitzuführen und ans Herz zu legen, wie auch so eine Werteentwicklung aussehen kann. Und deswegen ist es für uns immer wichtig, die Besonderheit in dem jeweiligen Auto zu finden und nicht nur den Wert im Vordergrund zu stellen. Können wir da ganz kurz einmal anhand eines Fallbeispiels für die Zuschauer das vielleicht erläutern, wie so etwas aussehen kann, wie so eine Wertentwicklung aussehen kann? Im Falle eines Pagani-Sonders, da hatten wir eine Geschichte einmal angesprochen. Ja, also Pagani-Sonder, das ist natürlich so ein Thema, was aktuell sehr präsent ist in den Köpfen, weil es natürlich so das Auto ist, was meiner Ansicht nach so durch die nächste Generation sehr geprägt ist. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wir waren in Deutschland sehr früh mit dem Fahrzeug oder mit der Marke Pagani verbunden, also im Jahre knapp 2008, 2009. Ihr seid einer der größten Zusammenarbeitspartner für Pagani in Deutschland. Also wir sind natürlich kein offizieller Händler, allerdings gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland oder weltweit. Ja, es gibt einen, also einen Pagani-Händler, einen offiziellen gibt es. Wir haben uns immer auf die Fahne gebunden, dass wir frei bleiben möchten. Das hat einfach den Hintergrund, weil wir glauben, dass wir dadurch einfach ehrlicher und unvoreingenommener in der Beratung sein können. Das war uns auch immer so eins der Säulen, die wir gegenüber den Kunden haben wollten. Wir wollten immer sehr neutral und aus reinster Überzeugung her beraten können, was natürlich bei den ganzen offiziellen Händlern sehr schwerfällt. Aber um deine Frage zu beantworten, also wir hatten tatsächlich im Jahre 2009, 2010 den ersten Sonder S eingekauft und den haben wir dann knapp ein gutes Jahr mit viel Mühe verkauft bekommen. Tatsächlich war es so, dass die Werte knapp um 500.000 Euro lagen und ich viele Gespräche geführt habe und wenige Leute es auch versucht haben zu verstehen. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt war es dann halt immer so Ferrari, Porsche und wer ist Paganini? Also belächelt sogar die Marke, wo ich gesagt habe, mein Gott, ihr seht ja nicht, was hier steht. Und natürlich auch damals sehr toll zu erklären, der AMG-Motor, der verbaut worden ist. Und ja, mit der Zeit hat sich da glaube ich unsere Prognose für den damaligen Besitzer relativ gut gestaltet. Und heute liegt dieses Auto bei knapp 8 Millionen Euro. Wahnsinn, was für eine Wertsteigerung. Nur ganz schnell so das Thema Motor, das haben wir auch gesprochen da. Was ich auch so früher, weil jetzt weiß ich ja durch den Besuch bei euch, weil ich hatte mich schon ein bisschen gekündigt auch vorher. Früher war das ja so, da hat AMG die Motors gemacht. Aber jetzt ist es ja so, das ist ja auch was ich so schön finde bei Königseck. Da kann die Kunde ja von komplett null. Und auch nur, dass ich weiß, Freunde, die haben auch ein Königseck da stehen, aber das kommen wir auch alles wieder zu. Also, aber bei Königseck ist das ja schon beeindruckend, da kannst du ja wirklich als Kunde komplett von null alles genau so zusammengebaut haben, wie du das haben willst fast. Also ich würde bei Pagani das auch nicht ausschließen. Aber das war das, was du mir erzählt hast. Jetzt ist es ja auch so jetzt bei Pagani, dass man jetzt auch, also die bauen auch jetzt selber da in einigen Motors. Also die machen nicht nur mit AMG-Motors, man kann auch jetzt. Genau. Es ist natürlich so, bei diesen Kleinserienherstellern, um es so zu pauschalisieren, natürlich sind die Auflagen und die Stückzahl, die produziert werden, nicht sehr, sehr, sehr viele. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass sich jeder Kleinserienhersteller auch der Entwicklung von anderen Unternehmen bedient. Also bei Pagani kann man das zum Beispiel sehr offensiv sehen. Da gibt es dann HWA, die dann damals für den Pagani Y3R die Motorenentwicklung mit durchgeführt haben. Vorher natürlich AMG. Jetzt ist der Motor unabhängig im Sinne der Produktion oder Entwicklung nach außen hin. Natürlich ist es so, dass diese Kleinserienhersteller immer irgendwo Lieferanten haben, wie zum Beispiel im Bremssystem oder wie in anderen Anbauteilen. Und da ist es eigentlich auch gar nicht möglich, diese Qualität hinzubiegen, auch bei den großen Herstellern, wenn sie sich zum Beispiel nicht anderen Unternehmen in der Kooperation oder als Lieferant bedienen. Okay. Also das hast du eigentlich immer. Also ich meine, Mercedes produziert zum Beispiel auch keine Bremsscheiben selber. Also die werden natürlich etikettiert, werden natürlich über Mercedes verkauft, aber meistens wird dann diese Entwicklung ausgesourcet. Und das ist ja auch bei den großen Herstellern so mittlerweile. Da habe ich nur schnell eine Frage an Manuel. Weil da habe ich mich schon, das ist ja so, ich habe den Glück, was ich sehr schätze und sehr freue drüber, dass ich habe den Glück, eine Roche Royce zu besitzen. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Du bist ja der Hauptmann. Und da haben wir, die Bremsen oder hier die Luftfahrwerk ist von Citroën oder ist das von Serb oder von wo ist das? Das Luftfahrwerk meint man? Ja, genau. Ja, grundsätzlich ist der Lieferant aus dem BMW-Konzern. Okay. Also die Sachen werden ja alle aus der BMW-Welt geliefert. Ja. Der Kern der ganzen Geschichte, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Saab, Citroën, ist mir jetzt so tatsächlich gerade nicht bekannt. Okay, ich glaube nämlich, hat er gehört von Citroën, weil die machen irgendwie etwas, die besten Luftfahrwerke der Welt oder irgendwie etwas. So hat er etwas gehört, deswegen war das eine qualifizierte Frage. Ja, was halt sehr interessant ist bei dem Luftfahrwerk bei Rolls-Royce. Da ist Rolls-Royce natürlich sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Also die Fahrzeuge, Rolls-Royce möchte ja haben oder gibt alles darauf, dass wenn man in dem Auto sitzt, dass das weniger ein Fahren ist, sondern mehr ein Gleiten, ein Schweben. Also das, was in der Außenwelt passiert, sollst du im Innenraum des Fahrzeugs nicht erleben. Man fühlt sich, wenn man Rolls-Royce fährt, fühlt man sich wirklich wie Erlatin. Stichwort Magic Carpet Ride. Yes. So wird es vermarktet vor Rolls-Royce. Was auch ganz interessant ist, dass das Luftfahrwerk gekoppelt an das GPS-System ist. Das heißt, das Auto weiß im Prinzip vor dem Fahrer schon, wie die Fahrgegebenheiten in ein, zwei, drei Kilometern sein werden. Und passt das Fahrwerk dem Härtegrad der Fahrbahn so ein bisschen an. Das heißt, wenn es sehr holprig wird, dann wird es ein bisschen weicher. Wenn es ein bisschen mehr in den Asphalt geht, dann wird es stetig angepasst. Das ist halt ganz interessant. Das ist schon sehr beeindruckend. Das ist sehr spürbar. Ich muss ja sagen, Harry hat mir so ein Rolls-Royce gebracht. Ich bin großer Fan. Ja, ja, ja. Gigantische Fan. Und wenn wir da unten fahren waren, wir hatten erstmal großen Hallosum, die ganzen Rolls-Royce-Team-Colonne. Sehr, sehr nette Leute da. Und dann haben die mir den Auto gegeben, den ganzen Tag. Und da war Harry natürlich mit. Und wir hatten schon gesprungen auf den Weg da unten. Und er saß nun auf dem Handy. Und er weiß schon sehr viel. Er weiß viel mehr über den Auto. Jetzt weiß ich natürlich auch alles normal, wenn man jetzt da selber entfährt. Aber zu der Zeit wusste ich fast gar nichts. Nur, dass es natürlich ein Supermärker ist und top luxuriös und so weiter und so fort. Und da sitzt, wie waren wir Leute los? Bruder sagt er, du musst den auf jeden Fall haben mit der Bischbock-Anlage. Das ist der brutaleste Soundsystem der Welt. Wenn der das nicht hat, dann nehmen wir den nicht. So, wir sind dann da hingekommen. So ein paar alten Straßenjungs da in dieses feine Haus da. Und die waren aber super nett alle. Und ich sitze mir hin, weil ich war ein bisschen zu emotional, weil da stand er da vorne. Auf einmal hat er den Heißkopf um dich. Da hat alles, da hat auch die Bischbock-Anlage. Ich habe gründlich geprüft natürlich für Mats. Das war richtig laut. Das war nur schnellst in den Themenroach. Das war schon ein schöner Ausflug. Du hattest eben angesprochen, von wegen Zulieferer, Teile ankaufen etc. pp. Oder Aufgaben outsourcen von den Autoherstellern. Wie läuft das ab bei Bugatti? Ja, also ich meine, es ist natürlich auch ein Hersteller. Ja, dementsprechend bei den Kleinserien ist es meist nicht anders wie auch bei den großen Herstellern. Das heißt natürlich auch da werden mit Sicherheit Teile oder Teile zugekauft beziehungsweise an andere Unternehmen abgegeben, dass sie die produzieren im Auftrag für Bugatti. Und ja, ich meine, so könnte ich mir das relativ gut vorstellen, ohne da natürlich jetzt die Geheimnisse von Bugatti zu machen. Selbstverständlich. Zu lüften oder liberatieren. Ich stelle für die Zuschauer, wie viele Bugattes habt ihr momentan stehen bei Armian Collection Cars? Aktuell haben wir zwei, drei, also ich meine vier Stück müssen wir haben. Wenn ich auf Besuch war, ich glaube, da war ein paar mehr, ne? Ja, also vier, vier, fünf Stück. Es waren vier. Ja, vier, okay. Vier Bugattes. Ich habe da in eurem Sortiment ein ganz besonderes Modell entdeckt und zwar den Bugatti Veyron Villadeste. Da würde ich dich gerne einmal fragen, was hat es mit dieser Spezifikation auf sich und was macht dieses Fahrzeug so besonders? Ja, also prinzipiell ist es natürlich so, dass du in den Veyron Modellen ganz limitierte Modelle hast, die individuell für die jeweilige Anlehnung angefertigt worden sind. Und in dem Fall, so wie es der Name schon sagt, ist die Anlehnung, die Villadeste Ausstellung, beziehungsweise Villadeste ist ein Konkur, der jährlich stattfindet in der Nähe von Kobo. Und dort werden dann die schönsten und besondersten Autos auch gekürt. Und da hat dann natürlich auch Bugatti mit diese Anlehnung an das Fahrzeug und an einen ehemaligen Rennfahrer gelehnt, um natürlich dort das Thema zu definieren. Der Rennfahrer war natürlich von der Anlehnung her aus, dementsprechend mit der farblichen Kennung auch angelehnt. Und dementsprechend hatten wir diesen Grünton bei diesem Villadeste, der da bei uns aktuell auch steht. Ja, das sieht Wahnsinn aus. Sehr, sehr starker Speck, sehr starker Speck. Verfügt dieses Fahrzeug auch über einen 16-Zylinder? Ja, also das ist natürlich unglaublich. Also prinzipiell jetzt nicht bezogen auf diesen Veyron, aber prinzipiell, wenn man sich mit dieser Veyron-Geschichte befasst, ich hatte das ja bei unserem Besuch mit dem Mazza auch schon mal so angedeutet, ist es eigentlich so unglaublich, wenn man bedenkt, was praktisch bei dem Veyron für eine Entwicklung drin steckt. Man hat circa, und das war ja damals das Herzensprojekt von dem Herrn Pirch, der ja abgewegt hat, in die Formel 1 einzusteigen oder dieses Herzensprojekt dort vorzuführen, beziehungsweise Bugatti zu kaufen und zu entwickeln. Und man muss bedenken, dass circa damals, und da reden wir über 2003, 2004, der Entwicklungswert von so einem Veyron bei knapp 6 Millionen, zwischen 5 und 6 Millionen Euro lag. Unfassbar. Und das finde ich eigentlich so beeindruckend, dass die Qualität, die damals bei den Fahrzeugen verbaut worden ist und diese kompromisslose Entwicklung, der Standard war halt so unbeschreiblich hoch. Und ihr müsst euch vorstellen, es wurde halt mit jedem Fahrzeug ein Verlust von knapp 3,5 Millionen Euro hingenommen, weil der qualitative Standard so hoch war und wir dementsprechend dieses Upside-Potenzial auch heutzutage sehen, dass die Leute irgendwann auch realisieren, was für ein qualitativer Entwicklungsstandard schon damals bei den Fahrzeugen vorhanden war. Also ein optisches Merkmal sind natürlich diese PS. Wie viele PS hat er? Also der hat jetzt knapp 1001 PS. Ja, Wahnsinn. Du kriegst die auch nur mit so einem Speed Key freigeschaltet. Wie schnell ist er auf 0 auf 100? Also ich meine, da gibt es immer Angaben. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, diese ganzen Angaben und diese ganzen Endgeschwindigkeitsthemen immer so anzusehen, weil ich meine, es hängt auch ab dieser gewissen Leistungsfindung sehr viel mit den Reifen zusammen. Auch mit der Fahrer. Mit der Temperatur. Ich meine, die Problematik ist einfach bei den 1000 oder 1 PS, die Leistung einfach auf dem Boden zu bekommen. Und dementsprechend, wenn du natürlich andere, weichere Reifen hast oder eine andere Asphalt-Temperatur hast. Oh, jetzt, wenn ich dich schnell unterbringen darf. Ich war ja mit Harry, wir sind ja auch oft reisen zusammen und wir lieben ja beide Autos sehr. Wir waren in London. Und da waren wir auch, wir waren, das ist auch eine lange Geschichte, kurz, wir waren bei Bentley da. Und wir gehen rein und auf jeden Fall haben wir so gut verstanden mit der, weil direkt nebenbei in der kleinen Gebäude. Bugatti. Ja, und da standen natürlich nur, da wollen wir ja gerne rein und gucken. Ich glaube, da hat ein Sion gestanden. Ne, das war ein Veyron. Das war ein Veyron in Sichtcarbon mit orangischer Innenausstattung und blau-schwarze Außenspeck, Vollsichtcarbon. Genau. Und jedenfalls sind wir da reingekommen. Und zu der Zeit habe ich ja meine erste Lamborghini gehabt, der Huracan. Und das sind wir ja auch ein bisschen auf die Gespräche gehabt, weil da sind sie so, er hat ein bisschen geguckt erst mal. Wir waren so zwei volltätowierte Männer wie Harry und ich, aber das haben wir ganz schnell hinbekommen und wir waren super mit denen. Und das ist so geendet, dass er gesagt hat, weißt du was, Jungs, wollt ihr nicht Bugatti sehen? Und dann war das auch wie so zwei kleinen Jungs um Weihnachten, sehr gerne. Und was man auch findet in meinen Highlights auf Instagram, das habe ich immer noch gespannt. Oft gucke ich das nach, mich selber so motivieren und all so Sachen. Aber, und jetzt kommt meine Frage. So, wir sind so mit der Bugatti und dann sagt er etwas mit, dass die Reifen sind zugebunden auf das Felge oder etwas. Weil er hat gesagt, wenn du auf der Modell, ich weiß nicht, ob das so ist, bei jedem Modell, das kannst du ja gleich beantworten. Aber man liegt, wenn du da einen Reifenwechsel hast, dann liest du in einem Preis zwischen 20.000 bis 30.000. Ja, das ist richtig. Also die Vero-Modelle, und das ist ja genau das Thema, was wir eigentlich gerade mit der Beschleunigung so ein bisschen angefangen haben. Die Thematik ist natürlich, dass zu dem damaligen Zeitpunkt insbesondere es verdammt schwer war, einen Reifen zu finden, der zum einen diese Performance, die das Auto hat, auf die Straße bringen kann. Und das andere Thema war natürlich auch, was passiert, wenn dir bei einer hohen Geschwindigkeit, ich sage jetzt mal 380 oder sowas, der Reifen platzt. Und was Bugatti dort gemacht hat, ist halt ein Flatrun-System eingebaut, wo der Reifen auch verklebt wird, beziehungsweise auf der Felge verklebt wird, sodass du dann eine gewisse Sicherheit hast, dass auch bei einer hohen Geschwindigkeit du das Fahrzeug kontrollieren kannst. Und ein Thema, was natürlich sehr kostenintensiv war zum damaligen Zeitpunkt, aber jetzt mit der Zeit einfach effizienter wird, ist natürlich dieser Reifenwechsel. War das so damals mit denen, dass du mal auch noch die, also da muss man quasi auch die Felge mit, oder ist das einfach weggeholt von der alten Felge und neu geklebt werden auf der neuen? Ja, es gibt natürlich verschiedene Service-Auflagen, die damals Bugatti erstellt hat. Es gibt dann natürlich immer unterschiedliche Ansichten, wie beim Wasser. Der eine sagt, das Glas ist halb voll, der andere sagt, es ist halb leer. Also genau so ist es dann auch immer eine Beratungssache, wo auch die Bugatti-Händler oder Service-Partner manchmal das ein oder andere etwas anders persönlich bewerten. Wir haben natürlich die Situation, dass wenn du natürlich so ein Auto über 400 fährst, dass auch viel Verantwortung dort mit im Spiel ist. Und man muss natürlich als Hersteller immer damit rechnen, wenn so ein Auto mit solcher Leistung und mit solchen Daten gebaut wird, dass die Kunden das auch nutzen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Verantwortung von einem Hersteller sehr groß. Und der Hersteller hat natürlich gewisse Punkte reingeschrieben, wie zum Beispiel diesen Felgenwechsel, die wir auch teilweise berechtigt finden. Manche Punkte finden wir aber auch einfacher, die nachvollziehen zu können. Zum Beispiel, wenn man einen ganz herkömmlichen Felgenröntgentest durchführt, um zum Beispiel zu gucken, ob da Risse drin sind oder nicht. Also ich meine, es gibt auch immer andere Wege, Dinge zu überprüfen, ohne natürlich direkt Neues zu kaufen. Genau, viele Kosten zu investieren. Nur in dem Fall ist es tatsächlich so, dass egal wie man es dreht oder wendet, so ein Reifensatz liegt immer noch bei knapp 30.000 Euro netto. Und ja, das ist einfach so. Also das ist so, wenn man jetzt schon über den Reifen wechselt, dann ist es so, oh, Apogastik ist das so, oh. Nee, aber damit gesagt, ich glaube, Leute, da kaufe ich so einen Wagen, die wissen ja schon, alle sollten Sachen Bescheid drüber. Das sind auch Leute, die das wirklich, wirklich geschafft haben im Leben, so ein Auto sich leisten zu können. Denn die haben ja natürlich sollten Sachen schon mit in den ganzen Bescheid so ein Auto so haben oder dann kauft man ja nicht so ein Auto. Das ist so. Dominik, hattest du mal die Situation erlebt, dass bei diesen hochpreisigen Fahrzeugen, die du ja täglich, na gut, nicht täglich wahrscheinlich handelst, aber regelmäßig handelst, dass da bei der Auslieferung oder beim Transport ein Schaden entstanden ist? Also Auslieferung jetzt bei uns in unserem Showroom kann ich mich nicht dran erinnern, würde ich eigentlich verneinen, so aus der Erinnerung heraus, was natürlich schon in der Vergangenheit immer ein Thema ist oder prinzipiell immer ein Thema ist, sind natürlich Transporte. Wir haben uns natürlich nicht aus irgendeinem Grund immer für den teuersten Spediteur entschieden. Selbstverständlich. Sondern wir sind da natürlich im Gegensatz zu anderen Kollegen, nehmen wir auch diese Themen sehr, sehr, ja, sehr, sehr wichtig oder das hat für uns eine sehr große Wichtigkeit. Bei uns gibt es andere Menschen und Leute, die das nicht so werten. Für uns ist dieses Thema Transport, finde ich, ein ganz großes Thema, weil du diesen ganzen Fahrzeugwert natürlich in der dritten Person übereignest, die dann teilweise auch über längere Strecken und längere Zeiträume oder teilweise auch über Nacht dieses Auto in seiner Obhut hat. Und ich finde es dann manchmal immer sehr leichtsinnig, wie andere Kollegen aus der Branche das Thema bewerten und wie sie dann eigentlich immer nur noch gucken, dass sie den Preis pushen. Und ja, ich meine, da gibt es viele Unsicherheitsfaktoren. Also einmal wirklich das reine Auf- und Abladen. Dann natürlich auch das Thema, dass du, wenn du das Auto zum Beispiel nicht mit einer Winde hochfährst, bei gegebenen Modellen du auch die Kupplung schädigen kannst. Gibt aber auch andere Themen, wo du einfach zum Beispiel mit einem Spanngurt die Felge verkratzen kannst. Also es gibt ganz unterschiedliche Themen. Ja, kann aber auch sein, dass der Spediteur nicht die Reifen wechselt und du einfach einen Reifen hast, der auf der Autobahn dir platzt. Sagen kann ja immer passieren. Kommst ins Schlingern. Also es gibt viele Ungereimtheiten, die da immer auf entstehen können. Wir haben da, sage ich mal, unsere Prüfungsthematiken. Und hier an der Stelle möchte ich dann mal ein großes Lob an den Herrn Ortmann aussprechen, der dann für uns in der Jahre... Hussein Ortmann, Transporteur eures Vertrauens. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da einen starken Partner hat. Gerade bei solchen Autos wie zum Beispiel auch ein Ferrari Enzo oder so. Diese ganz, ganz hochpreisigen älteren Modelle habt ihr ja auch bei euch im Sortiment, habe ich gesehen. Da ist natürlich, sind das ja, glaube ich, auch dann zweistellige Möhrenbeträge, richtig? Absolut. Die da transportiert werden. Es sind natürlich, es kommt natürlich vor, auf jeden Fall, dass auch diese Fahrzeuge transportiert werden müssen. Und ich sage mal, diese Zahlen sind jetzt für uns nichts Ungewöhnliches. Könntest du ganz kurz für die Zuschauer einmal skizzieren? Ferrari Enzo, wir blenden es auch gerne hier einmal ein. Habt ihr bei euch im Sortiment in Rot und in Schwarz, habe ich gesehen. Was ist das für ein Auto? Was macht das Auto so besonders und was sind denn die Charakteristiken? Also wir haben natürlich, es gibt natürlich nur, wenn man mal grundlegend anfängt, 399 Enzos plus einen, der für den Papst damals gebaut worden ist. Für den Papst? Genau. Damit er auch mal Rock'n'Roll machen kann. Ja, damit er sich auch mal was gönnt. Und das ist versteigert von uns zum guten Zweck. Ah, okay. Also es ist natürlich immer schön auch, dass man sieht. Ein wahrlich gesegneter Ferrari. Ja, dass diese Dinge auch wohltätigkeitsmäßig auch in dem Segment immer noch funktionieren. Und ja, ich meine, die Stückzahl an für sich ist natürlich schon eine sehr geringe. Was der Name Enzo mit sich führt, wissen die meisten. Natürlich der Gründer von Ferrari hieß Enzo Ferrari. Und dementsprechend natürlich die Widmung des Vornamens ist natürlich sehr besonders. Für uns aktuell, was wir auch als besonders bewerten, ist natürlich nicht nur der Name, nicht nur die Stückzahl, die gebaut worden sind. Und auch nicht die besondere Türeigenschaft ist auch, dass es das letzte, zumindest aktuell ist es so, das letzte Fahrzeug ist, was nicht als Hybridmodell gebaut worden ist. Also das heißt, im Anklang dessen kam der LaFerrari. Der ist Hybridbasierend. Und dementsprechend ist das für uns auch nochmal ein Epochenschnitt, den wir auch sehr zukunftsorientiert empfinden. Was natürlich das jeweilige einzelne Fahrzeug angeht, kann ich natürlich zu dem schwarzen Enzo so ein bisschen mitteilen. Viele wissen das natürlich auch. Ich habe ihn live gesehen, da war es sehr, sehr hübsch. Da hat Manuel mir alles erklärt über den. Ein wirklich sehr schönes Auto. Ja. Mit einer kleinen Geschichte, aber da gebe ich mich wieder weiter an Dominik. Ja, also ich meine, zum einen schwarz ist natürlich ganz oder ist eine Farbe. Das ist ja mehr selten als die rote. Genau, genau. Also die meisten Fahrzeuge sind in rot produziert worden. Bei dem roten, den wir dort haben und jetzt mittlerweile schon einen neuen Käufer gefunden hat, war natürlich das Besondere die Kilometerlaufleistung und die Historie. Also du hast ein Fahrzeug, was wirklich eine absolut geringe Kilometerlaufleistung hat. Und das so dokumentiert zu finden, dass du fast jede zwei Jahre oder jede drei Jahre noch einen Service hast mit knapp 1000 Kilometern, das ist wirklich ganz, ganz selten. Das habt ihr bei den schwarzen? Bei dem roten war das der Fall. Okay. Bei dem schwarzen, der hat natürlich auch eine ganz tolle, ausgeprägte Servicehistorie. Ja. Allerdings, was da ganz besonders ist, ist natürlich die Farbe schwarz, also dass du wirklich einen von den ganz wenigen Fahrzeugen hast, die nicht in rot sind. Aber warum haben die nicht mehr gemacht, in schwarz? War das... Das waren so die Bestellungen. Okay. Also du bist ja, der Hersteller speckt ja nicht so wie, oder spezifiziert ja nicht, wie er es für richtig hält, sondern wie die Bestellungen reingehen. Von der Kunden. Was die Kunden sich wünschen. Ich glaube, rot ist generell der Dauerdrenner bei Ferrari, richtig? Auch heute noch? Ja, ich finde, dass das schon sich ein bisschen mehr gewandelt hat. Also ich finde es ja auch toll, dass die Leute sich heutzutage ein bisschen was trauen. Also früher war es wirklich immer sehr konservativ, Porsche schwarz, Ferrari rot. Und heute sieht man schon, dass auch Grautöne sehr beliebt sind bei den Ferraris. Ja, habe ich auch oft gesehen, gerade bei 488 Pista-Modellen. Genau. Viele, viele Graue und Silberne habe ich gesehen. Grau, Silbertöne. Ich meine, man sieht dann auch immer mehr Weiß. Also früher war ja auch Weiß, wenn wir so ein paar Jahre zurückgehen, eine Farbe, wo man gesagt hat, ja, das ist nur für die Araber oder für die Leute, die irgendwo aus dem Bereich kommen. Und heutzutage finde ich es toll, dass die Leute sich auch trauen, einfach verrückte Kombinationen auszustatten und auch Mut haben, die zu spezifizieren. Weil man muss ja auch immer sagen, wenn du vor dem Rechner sitzt und ausstattest, hast du sehr oft ja kein Auto, was du live dir anschauen kannst. Ja, was ganz anders ist. Am Bildschirm ausstatten. Jetzt hat man Gott sei Dank 3D-Animationen und kann dann sein Speck sehen und kann sehen, wie alles aussieht. So wie als wir zusammen bei Rolls Royce in London waren, weißt du noch, wo wir auch einmal einen Speck da ausgestattet haben, also zusammengestellt haben. Das war ja auch super mit der 3D-Animation. Aber natürlich damals bei solchen Enzo-Geschichten und so, das ist ja alles ein paar Jährchen her. Da gab es ja nur dann quasi, wahrscheinlich sogar nur einen Katalog, wo man die einzelnen Sachen ausgewählt hat. Oder irgendwie auf Blatt und Papier, da gab es wahrscheinlich nicht mal eine digitale Darstellung, richtig? Du darfst einfach dankbar sein, so ein Auto zu bekommen. Ich sage mal, so ist das dann. Und wenn du dann irgendwie unzufrieden bist, dann stehen halt gefühlt zehn andere dahinter. Das war aber auch ein großes Erlebnis, was er auch nicht hatte. Ich hatte euch schon davon erzählt, wo wir uns in Goodwood eingeladen waren. Das war auch ein großer Traum von mir und von Harry auch. Absolut. Er hat Wahnsinn. Absolut. Und der Bonus von der, das war der Schöffel. Ja. Mr. Colin Hitchcock, der uns abgeholt hat. Jetzt auch ein bisschen Colin Hitchcock, genau. Hat uns abgeholt im neuen Ghost aus unserem Hotel in Shoreditch. Und hat uns dann gefahren, ungefähr zwei Stunden durch die britischen Landschaften nach Goodwood, wo wir dann königlich empfangen wurden bei Rolls Royce. Er konnte so viele Geschichten. Ihr müsst euch vorstellen, das war ein richtiger Engländer. Und er war schon Mitte 50 und hat schon sehr viel geschafft in seinem Leben. Das war so ein bisschen, er war schon Rentner gegangen. Und das war so seine, wenn Rolls Royce seine Driver bräuchte, rufen die ihn an. Und er war früher beim, ähm, äh, bei der... König vom Oman. Genau. Und da hat er den Yacht, er war richtig erst auf dem See. Genau, Kapitän. Kapitän war er, genau. Hat er Geschichten erzählt, das war Wahnsinn. Aber dann später, wenn er da fertig war, hat er bei den, äh, hat er den Polizei geholfen, bei den großen Hafen in London. Und er war sehr gebildet und auch sehr sympathisch. Und das hat die Reise auch, also wirklich, wirklich super gemacht. Und was für ein Empfang, das wir auch da hatten. Das war wirklich ein großartiges Erlebnis. Und da war, nie vergessen, das ist der einzige Spektor auf der Welt. Und da war, und wir hatten den Glück gehabt, dass, äh, die ersten zwei Wochen, da hat nur zwei Wochen da gestanden, wo wir, danach, wo wir kamen, da war das nicht erlaubt, mit Handy da drinnen zu filmen. Da haben wir wirklich großes Glück gehabt. Für die Zuschauer blenden wir auch den Spektor einmal hier ein. Und, äh, Mats, was du noch vergessen hast zu erzählen, als Mr. Colin Hitchcock, sehr netter Mann, uns abgeholt hat beim Hotel, wollten wir gerade losfahren. Folgliche Geschichte. Er hat dann noch versucht irgendwie, weil wir noch irgendwas holen müssten, noch mal so ein bisschen auf den Kahnstein hochzufahren und ist mit dem nagelneuen Rolls-Royce Ghost, die neue Version vom Ghost, komplett mit der Felge am Kahnstein langgeratschen, hat die richtig stark beschädigt. Und dann ist er rausgekommen, in seinen Anzug und dann richtig auf ihn nicht so, bollocks. Bollocks. Richtig angespannt. Ja, ja, und dann haben wir schon schlecht gewissen und dann haben wir ihn gefragt. Er tat uns echt leid. Der, der, äh, and then he said, they're not gonna be happy about it. That's the way it is. So, zum Thema, ich will etwas hier, was ich mich sehr beeindruckt habe, was ich mir schon erzählt hatte, Manu hat mir das schon erzählt, auch wenn ich bei euch war, das will ich jetzt hochlesen von eurer Homepage. Also für alle, besonders alle Car-Liebhaber, ihr müsst unbedingt auf amiancollectioncars.com reingehen. Die haben eine sehr, sehr hochwertige, auch eine sehr beeindruckende Homepage, wo man alles liest und man sieht auch jeden Modell und so weiter und so fort. Und bitte auch folgen bei Social Media, amiancollectioncars.com. Die haben da einen sehr stärken Channel, auch wenn man so luxuriöse Exotic-Sportcars und so in diesem Klasse, da muss man da auf jeden Fall mitschauen. So, ich lese etwas hoch. Und das hier, das ist eine kleine Biografie über dich. Ich lese mal hoch. Mit den Erfahrungen auf der Rennstrecke, Know-how über Motoren und guten Kontakten zur Weltklasse fahren, eröffnete er in 2008, also ich rede hier jetzt von Dominik natürlich, den ersten der Amian Cars Store in Köln, gemeinsam mit seinem Vater. Das Inventar aus handverlesene Supercars Limited-Serien der weltbesten Marken und erst klassischer Service Bracken und da muss ich sagen, das finde ich schon sehr beeindruckend. Bracken, Amian Cars 2015, den Titel als exklusiveste Showroom in ganz Europa ein und jetzt kommt die Spirit Liste zu diesem Zeitpunkt weltweit. Drei weiterer Stand auf diesem Niveau in Saudi-Arabien, Dubai und den USA. Aber ihr habt ja auch den vierten Platz gekriegt, weltweit. Also in Europa Nummer eins und weltweit den vierten. Meine Frage hier, und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, weil das ist ja auch sehr super für euer Portfolio. Das zeigt ja auch nur den Leistung, den Kraft, den Energie, was man in seine Firma reingesteckt haben. Unfassbar. Ja, also ich glaube fast, dass du ein Träne da, weil ich habe das ja auch schon gegoogelt, das ist ja schon von, also das ist ja Top-Namen, da ich da gelistet habe. Also das ist ja nicht nur irgendwie so eine Betrügefirma, der das irgendwie rausgegeben hat, diesen Preisen, weißt du was ich meine? Das ist schon ein Top-Level. Absolut. Und erzähl mal bitte für Hario und Nico, die Schuhschauern natürlich, wie kommt man überhaupt mit in so eine, kann man sagen, Contest und wie kommen die zu diesem Ergebnis? Was gucken die nach? Ach, also eigentlich ist es für uns selbst sogar überraschend gewesen. Also ich habe es eigentlich erst nur dann mitbekommen, als das Ergebnis schon feststand. Aber kam nicht jemand, um bei euch zu schauen, was ihr da habt, also quasi ein Gutachter, der schaut, okay, wer hat jetzt wirklich das beste Autohaus in Europa, der dann rumreist und überall schaut, was für Sortiment dort steht oder wie läuft das? Also tatsächlich in dem Fall war es keine Kommunikation, keine, ich sage mal, Ansprache, wo wir uns hätten darauf vorbereiten können. Also ihr habt euch auch nicht beworben. Wir haben uns gar nicht beworben, überhaupt nicht. Das spricht umso mehr für euch. Es ist wirklich tatsächlich auch für uns aus dem heiteren Himmel gekommen, um es mal so zu sagen. Ja, war aber Riesenfreude, oder? Also wir haben uns natürlich sehr gefreut und das hat uns auch wirklich sehr geehrt und ehrt uns immer noch, dass wir all dieses Vertrauen von den Kunden bekommen und bekommen haben. Und das ist uns auch am Ende immer sehr viel wert. Also für uns ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Wir nehmen das mit Sicherheit persönlicher wie andere, weil wir natürlich auch ein sehr personenbezogenes Geschäft führen und nicht irgendwo eine vergleichbare Massenabfertigung sind. Ach, das sagt schon sehr viel. Also ich muss sagen, wenn ich in der Bereich jetzt sowieso, weil ich euch jetzt kenne, ich hoffe auch, dass ich irgendwann in den Bereich kommen würde, wo ich etwas, so wie der KTM da, das war ja genau mein Geschmack, den müssen wir auch unbedingt kriegen. Ich sage, der Batmobil. Ich habe immer noch nicht die Videos zusammengeschnitten, aber das mache ich. So mal die Zuschauer, ich war ja da und wie gesagt, war ich ja da fast fünf Stunden und da habe ich viele Videos gemacht und Dominik und Manuel war so nett und habe mir da durch die verschiedenen Hallen da geführt und hat über jedes Auto mir alles erklärt. Das war wirklich, wirklich ein sehr großes, sehr großes Erlebnis. Ja, vielen Dank. Also wir stehen jeden Tag auf, alle zusammen mit vollster Motivation, um uns zu verbessern und wirklich jeden Tag das Beste für die Kunden zu leisten und für uns ist das halt auch in der Danksagung, wir schreiben immer Danksagungen, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir den Kunden mitteilen möchten, dass wir jeder Einzelne unterschreibt dort und sagt, bedankt sich vielmals fürs Vertrauen und für die Möglichkeit, dieses tolle Auto im jeweiligen Fall ausliefern zu dürfen. Und uns ist das auch ganz wichtig, also dass du, Mats oder jemand anders sieht, wer hat an dem Auto gearbeitet, wer hat mitgewirkt an der ganzen Sache. Oh ja, was ich auch beeindrucken und schon, dass ich dir das wieder unterbreche, wenn ich in eurer Werkstatt war, das war ja das Letzte, was du mir gesagt hattest. Und ich kann nicht, ob ich mich erinnere, wo ich gesagt habe, das ist ja fast wie Rolls Royce, weil Haro und ich war ja, wie gesagt, wir haben ja ein Glück gehabt, die Chance da bei denen zu werden und haben die uns ja auch den Fabrik gesagt, da dürfen wir aber nicht filmen. Aber das war, also ich habe mich, wir waren ja sehr beeindruckt darüber, wie steril das alles da war, das war ja fast wie auch so eine Operation. Wie ein Krankenhaus, ja. Wir haben ja auch solche Rolls Royce Kittel bekommen, Lila. Solche Rolls Royce Kittel mit so einem Rolls Royce Emblem eingestickt und dann damit so langstolziert durch die gesamte Rolls Royce Fabrik. Es war richtig geil. Die waren aber nicht in unserer Größe da. Aber unser Rücken und Arm waren so breit. Arm sind geplatzt. Ja, aber so war das wirklich auch bei dir. Genau das, also genau der gleiche Eindruck habe ich da bekommen. Und nee, aber mein Point mit die ganze Geschichte, mit diesem, was ich hier, wenn ich in der Reihe kommen würde, wo ich so ein Auto kaufen, da muss ich sagen, auch wenn ich euch nicht getroffen habe oder wenn ich dich nicht gekannt hatte, Manuel, das wäre schon sowas, wo ich sagen würde, weil wir reden würden schon von sehr viel Geld. Und da muss man schon bei irgendwie Leuten, das sind also auf jeden Fall irgendwie, nicht auf irgendwie eine Art und Weise Laberkopfe sind oder irgendwie verbreckern oder auf die, das muss schon alles passen, dass man da nachher keinen Kopfschmerz kriegt. Ja, es ist definitiv so, dass das Geschäft, also so wie wir das betreiben, natürlich kein reguliertes Geschäft ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel natürlich zu den offiziellen Händlern gehst, da gibt es natürlich viele Auflagen, die die Händler auch haben müssen. Aber bei den freien Händlern, wenn wir uns mal jetzt so runterbrechen, ist es natürlich so, dass nicht wie beim Immobilienmakler zum Beispiel als Vergleich, da gibt es natürlich ein Notar, wo du hingehst, wo diese Transaktion geprüft wird, wo du auch eine gewisse Ausbildung für hast. Natürlich gibt es auch den Automobilkaufmann, nur die Realität ist sehr oft so, dass in diesen freien Händlern Marktbereich auch viele Leute sind, die das Berufsbild jetzt nicht bestmöglich präsentieren. Und das ist natürlich auch so der Punkt, wo wir lange über Jahre hinweg daran gearbeitet haben, dass wir auf eine seriösen und soliden Art und Weise Leuten Transaktionen abwickeln können oder uns bemühen, diese bestmöglich abzuwickeln im Sinne von so vielen Fragen, die damit verbunden sind. Genau. Und ich glaube auch, wenn man sich aus sich erinnern, als junger Mann, da hatte ich meine, ich habe auch früher viel Mercedes gefahren, da habe ich eine. Und das ist genau das, was ich meine. Man darf nicht irgendwie unter die Saung springen, weil da habe ich schon, ich hatte ja, ich hatte das einfach direkt bei Mercedes kaufen sollen. Also ich hatte so ein S500 Langmodell gekauft. Ich wollte einen haben mit Vollausstattung. Ich wollte auch, dass es umgebaut war zum AMG und all diesen Sachen. Also wir machen das ja ein bisschen crazy, wenn man in die 20ern sind. Und ich soll das einfach irgendwie über Mercedes gemacht haben. Ich habe gesagt, ich will ein bisschen Geld sparen und so. Und da habe ich irgendwie so ein paar Banditen da unten in Frankfurt gefunden. Auf jeden Fall bin ich da unten und alles sah so gut und schön aus auf die Oberpflege und ich habe den Auto gekauft. Ich war so froh und auf dem Rückweg war schon ein Problem mit der Getriebe. Und also das war, das mache ich niemals mehr. Da habe ich wirklich gelernt, also wenn man so ein Auto kauft in diese Klasse und ich hatte schon viel Geld für den Besalte auch. Also das soll man nur bei wirklich einer bei Mercedes holen oder auf jeden Fall bei einer Co-Handler zu Mercedes. Da ist ein sehr guter Wigeruf und alles muss nackt gecheckt werden. Aber da habe ich genau, was wir auch gesprochen haben mit dem Auto hier, auf Emotion gehandelt. Weil alles sah schon schön aus auf dem Netz und alle. Und ich habe nicht darüber nackt gedacht, sage ich da unten und dann das klären. Was ich auch anders sage, was ich auch ansprechen will, was ich auch sehr beeindruckend finde. Ich bin ja auch selber Unternehmer, Haare ja auch. Und das habe ich auch schon zu dir gesagt, wo ich dich kennengelernt habe da unten. Das motiviert mich immer. wenn ich mit Leuten so sitze wie du, Manuel, auch Haare. Das motiviert mich selber, mich selber besser zu machen, meine Sachen besser zu machen und alles andere Sachen. Was ich sehr beeindruckend finde bei deinen, ich habe ja auch sehr viele Angestellten bei mir in meinen Unternehmen. Ich weiß gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall sehr viel. Kostet mir tierisch viel Geld. Aber ohne die Krankenkassen und ich weiß nicht, was in Deutschland alles ist. Manchmal kriege ich Briefe, ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass ich Geld zahlen muss. Aber ohne den wird das ja auch nicht möglich werden und ich habe das beste Personal. Aber auf jeden Fall, dass du das Hook gebaut hast. Deine Fundamente, also deine Firma nur mit Top-Leute. Also wenn wir jetzt hier bei dir reden, Manuel, jetzt finde ich schon hier, ich lese mal schnell hoch von der Homepage wieder. So, Manuel Drath, Sales und After Sales Manager. Nach seiner technischen Ausbildung zum KFZ, wie sagt man, Megatroniker? Mechatroniker, genau. Und jetzt kommt es, Freunde. Bei Bentley war Manuel Drath zunächst für Bentley und Bugatti im After Sales Bereich tätig, bevor er zum Rolls-Rolls-Modercars wechselte. Und das finde ich schon beeindruckend. Warte, Entschuldigung. Erzähl mal davon, also du bist bei Bentley angefangen und dann warst du auch noch bei Bugatti oder wie? Ja, also, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, als junger Mann, sehr, sehr autoaffin, sehr, sehr autobegeistert. Also, lass uns mal schauen, wie alt bist du jetzt, bin ich fragen? Ich bin jetzt 36. Ja, superalter. 36. Immer sehr jung und stark. Au, au. Wann hast du diesen Abend so angefangen? Also die Ausbildung angefangen habe ich 2004. Wie ich gerade gesagt habe, sehr, sehr autoaffin. War es für mich ein wirklicher Erfolg, eine Bereicherung, das beim Bentley Vertragshändler machen zu dürfen. Habe dann da meine technische Ausbildung gemacht, wie du es gesagt hast, Kfz-Mechatroniker. Das hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was bedeutet das für die Zuschauer? Ich glaube, viele weiß nicht, was das für, natürlich war es in die Autobranche, aber was bedeutet genau Kfz-Mechatroniker? Seinerzeit gab es den Kfz-Mechaniker, separat getrennt von dem Kfz-Elektriker. Ja. So, das ist genau in diesem, ich nenne es jetzt Jahr, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, gewandelt worden. Dann gab es nicht mehr den Elektriker und den Mechaniker, sondern den Mechatroniker. Okay. Sodass beide Berufsgruppen... Zusammengeschlossen ist. Zusammengeschmolzen sind und diese Ausbildung dann als Mechatroniker abschließen mussten. Okay. Die Ausbildung... Wie lange dauert so eine Ausbildung? Dreieinhalb Jahre ungefähr. Zu einer Zeit sind es dann drei Jahre gewesen als Mechaniker oder Elektriker. Sie haben ein halbes Jahr hinten dran gehängt, aber halt beide Berufsgruppen miteinander verschmelzen lassen. Ja. Genau, das habe ich halt auch mit sehr, sehr viel Liebe, mit sehr, sehr viel Emotion habe ich die Ausbildung gemacht. Ja, dann würdest du auch nicht stehen, wo du jetzt stehen. Jetzt bist du in der Haus von einer der luxuriesten, hier fucking number one in Dingsbums. Das ist schon sehr gut für dein Portfolio auch. Bin ich sehr dankbar für. Also da komme ich gleich noch zu. Ja. Habe dann, wie gesagt, den technischen Bereich abgeschlossen. Habe auch, ich glaube, gute anderthalb Jahre dann in der Technik gearbeitet, wo ich auch sehr viel gelernt habe. Was mir jetzt in meinem Leben auch sehr, sehr viel weiterhilft in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewege als Aftersales Manager oder auch im Bereich Verkauf, Fahrzeugvertrieb. Immer in dem Mikrofon reden, mein Lieber. Ist der technische Hintergrund wirklich immer sehr, sehr hilfreich in jedem Bereich. Ja. So, und habe dann nach meiner technischen Ausbildung gemerkt, dass ich da auch sehr, sehr viel Spaß an der kaufmännischen Geschichte habe. Sodass ich dann wirklich gesagt habe, ja, das würde mich auch interessieren. Und die Möglichkeit hat sich dann auch tatsächlich bei Bentley dann für mich ergeben. Also ich bin dann in den Bereich Teilevertrieb für Bentley und Bugatti gegangen. Das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang gemacht. Auch sehr, sehr viel Erfahrungen sammeln dürfen. Aber wie kann es, das musst du mich mal erklären, wie kann das sein, dass Bugatti und Bentley, das heißt das... VW-Konzern, Stichwort? Richtig, genau. Perfekte Antwort. Ja, das war das. Ja, okay. Frage beantwortet. Ja. Wie gesagt, HE ist ein sehr gebildeter. Besonders, was Autos betrifft. Ja. Das habe ich auch schon mitbekommen. Danke, Boli. Danke für die Blumen. Auf jeden Fall habe ich dann im Bereich Bentley und Bugatti mich um den Ersatzteilverkauf und um das Zubehör gekümmert. Was ich auch sehr gerne und auch relativ lange gemacht habe. Das sind dann gute dreieinhalb und vier Jahre im Anschluss dann noch gewesen. Ja. Und bin dann im Nachgang an die Möglichkeit gekommen bei Rolls-Royce Motorcars. Und da haben wir uns ja kennengelernt. Da haben wir uns dann etwas später noch kennengelernt, dann zu wechseln in den Bereich wirklich Werkstattleitung, After-Sales-Management. Also du hast da quasi, so dass alle Leute das verstehen, du hast quasi das Werkstatt gesteuert. Ganz genau. Also die Leute haben dann nichts gemacht, ohne dass du ein bisschen so die Finger auf die Pulitzer gehabt hast und so und so muss das geklärt werden. Weil ich weiß ja auch, mit dem großen Umbau von meinen waren wir ja auch immer in Kommunikation. Ganz genau. Also jeglicher Bereich im Werkstatt, After-Sales-Bereich ging über mich. Also ich war dann verantwortlich für die Werkstattplanung, für die Werkstattauslastung. Seinerzeit hat ein Mechaniker gestartet, der unter mir dann den Bereich Werkstatt gemacht hat. Am Ende dann zwei. Und genau, dann bis hin zur Planung, natürlich ist es in einem großen Unternehmen auch immer wichtig, muss alles effizient sein, was wir da tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann das ganz viel Geld kosten. Ja, ganz genau. Das macht keinen Spaß. Ganz genau. Hattest du da als junger Mann schon Kontakt mit Bugatti-Kunden, Bugatti-Käufern? Und wenn ja, erzähl mal, hast du da... Sowas finde ich auch interessant. Genau. Wie sind diese Menschen? Das sind sehr besondere Menschen, die ein sehr, sehr hohes Vermögen haben, sonst könnten sie sich diese Autos nicht leisten. Erzähl mal, wie war das so für dich als junger Mann? Das war natürlich unglaublich, das Nonplusultra, das war ja schon bei Bentley so. Also bevor ich die Ausbildung angefangen habe, klar, kannte ich die Marke Bentley, aber das war halt auch genau das Jahr, wo es durch den Continental GT so ein bisschen sportlicher, ein bisschen dynamischer wurde. Da wurde es interessant mit dem Continental GT, ne? Da wurde es interessant. Ja, absolut. Und da wurde es halt auch wirklich dann sportlich, ne? Ja. Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt für mich persönlich gewesen. Super, super. Ja, haben sogar teilweise Le Mans-Rennen gewonnen und so, ne? Auf jeden Fall, genau. Mit diesem GT Speed und GT Supersports und so. Ja, ganz genau richtig, ne? Und da bin ich halt in so meiner Anfangszeit eher weniger im Kundenkontakt gewesen, aber auch da bin ich in das Vergnügen gekommen, auch dem Kunden mal was am Fahrzeug erzählen zu dürfen. Hat mir dann auch damals schon sehr viel Spaß gemacht. Auch darum wahrscheinlich der spätere Werdegang in Richtung kaufmännisch. Du hast das auf jeden Fall super. Verkaufst du gerne? Sehr, sehr gerne, ja. Du auch sicherlich, Dominik. Ihr seid gute Verkäufer. Also tatsächlich, ich würde sagen, dass ich nicht ein guter Verkäufer bin, weil ein guter Verkäufer ist meiner Ansicht nach jemand, der dir auch was verkaufen kann, wovon er nicht überzeugt ist. Ja, richtig. Dann wäre er ein technisch guter Verkäufer. Ja. Aber du bist ein Verkäufer mit gutem Herz. Ja, also ich bin von dem überzeugt, was wir verkaufen. Ja, gut, mit Recht. Also das sind ja natürlich keine Blechkisten, die jeder verkauft. Ja, also wir wählen ja auch alles so aus, dass wir wirklich denken, dass es auch nachhaltig ist im Sinne von der Werteentwicklung. Du vielleicht gegebenenfalls auch eine Werteentwicklung hast. Abgesehen natürlich von dem technischen Zustand, man kennt ja so die Basics, Unfallfreiheit, nicht nachlackiert etc. Irgendwo seid ihr also auch so eine kleine Art Investmentbanker. Also es hat sich natürlich über die Jahre hinweg mit so entwickelt, dass natürlich das Automobil auch immer mehr und mehr als Investment angesehen wird. Und trotzdem muss man aber auch an der Stelle ganz klar sagen, dass nicht jedes Auto, was jetzt von irgendeinem Hersteller rausgebracht wird, gleichzeitig eine Werteentwicklung mit sich führt. Und genau das versuchen wir halt auch so in unserem Rahmen auszuarbeiten, dass wir den Kunden auch richtig beraten können und auch dieses Investmentthema nicht ganz so auslassen. Weil es natürlich in der heutigen Zeit auch ein schwieriges Thema ist, wenn man im Genuss ist, Geld anlegen zu können, wo man das auch richtig tun kann und auch sollte, ja. Schnell zurück, ich habe nämlich da, du hast eine gute Frage gestellt an Manuel mit den Kundengeschichten. Eine lustige Geschichte, was ich mir erzählt hatte, wenn ich bei, weil ich habe mir nämlich genau das gleiche Frage erstellt bei Rolls-Royce damals, mit den Kunden, was für Kunden kauft Rolls-Royce und so Sachen. Und da fand ich die Geschichte mit dem netten Herr, ich weiß nicht, ob er mehr Kunde ist bei Rolls-Royce, aber auf jeden Fall kam er immer mit seinem Hund. Und dann hat er seinen Hund hochgestellt auf dem Ding und der Hund hat den Specs ausgesucht. Er hat seinen Hund so geliebt und da hat der Hund einfach den Specs ausgesucht, wie seine Rolli aussehen sollte. Er hatte quasi die Lederproben auf dem Tisch in den verschiedenen Farben und hat den kleinen Hund auf dem Tisch mit der Nasenspitze draufstupsen lassen, mit der Schnauze und hat also die Lederkombination. Das fand ich schon ein sehr, sehr, sehr. Ja, das fand ich schon eine hier gespannte Geschichte. Wahnsinn. Ich will gerne, dass wir hier in den Podcast endet mit, dass du auf jeden Fall die Geschichte erzählen von der Königseck. Weil Freunde bei Armin Karkolek sind, die haben nicht nur vier Bugatti stehen, die haben vier Bugattis stehen, die haben mehr verschiedene Ferraris. Also wir konnten hier drei Stunden reden über die schönen Autos, die hatten auch eine GT-RS 3, ne? Also der 992 GT-3 RS, der jetzt gerade rausgeschoben ist. Ja, genau. Und dann hat die auch mehr McLarens da stehen, die hat auch mehr McLaren, der nur zulässig war für der Rennstrecke. Also da gibt es so viele. Ja, war das Senna GTR? Genau, genau. Senna GTR. Allerdings muss ich hinzufügen, um meine verkäuferische Tätigkeit da zu vollenden. Also das war ein Prototyp oder ist ein Prototyp. Einer steht bei McLaren im Museum, der andere dann bei uns. Und da sind wir auch ganz stolz, solche ausgewählten historischen Objekte auch zu haben. Ja, also euer Collection ist massiv. Und darüber können wir reden, drei, vier Stunden. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne schnell besprochen werde, bevor wir leider enden müssen. Ich finde, wie ihr das alles hochgebaut habt, wo ich selber Unternehmer bin auch, finde ich, das habt ihr so professionell gemacht. Ich finde, für eure Social Media und für euer, was wir auch schon besprochen haben, vielleicht irgendwann auch einen YouTube-Channel bauen, was ich finde, müsst ihr auf jeden Fall, also alle die größten Collection-Inhaber der Welt, haben einen YouTube-Channel und Leute lieben das. Also Leute lieben ja Autos. Und das ist da diese große Plattform, was ihr gebaut habt mit dem großen weißen Hintergrund. Und dann kann das sich drehen und dann kommt ihr auch zu hoch auf einen großen Fahrstuhl, dann können die den direkt da hinfahren. Und dann auch durch diesen Hintergrund könnt ihr ja auch auf Programme wie Illustrator oder Photoshop oder wie auch immer fast jeden Hintergrund einblenden, wenn der dreht. Und das finde ich, also das finde ich schon, das war sehr beeindruckend. Vielen Dank erstmal dafür für die netten Worte. Also das motiviert uns auch, ja, weiterzumachen. Also ich finde, es ist ja nicht nur die Autos, aber die ganze Venue muss auch passen. Das ist ja genau das Gleiche, wenn man in einem von meinen Tattoo-Studios oder mein Disco oder mein Bar oder wenn man bei High, bei Prime-Tattoos kommt. Ich sage immer, das Optik muss auch passen mit der Leistung. Als Beispiel, wenn man redet von Tattoos. Also da gibt es keinen, ich habe diese Berufe hier gemacht fast 15 Jahren. Also ich kann nicht selber tätowieren, da würden Tattoo-Fashion auch keinen guten Ruf haben. Ist das mein Handy da hier, pippt rum oder so? Nee, tatsächlich meinst du, sorry. Jetzt muss die Katze essen haben. Nee, aber auf jeden Fall muss das alles ja passen. Und wenn wir jetzt als Beispiel über Harry reden, also wie gesagt, ich habe diesen Beruf 15 Jahren gemacht fast. Ich weiß, ob das ein guter Tätowierer ist oder nicht. Und Harry liegt schon in der Top-Klasse. Ich würde sagen, in Deutschland auf jeden Fall in der Top-5 und der besten Tätowierer. Und das sage ich nicht, weil einer meiner besten Freunde ist, das ist ein Perfekt. Und so ist es. Und ihm und Nikos Laden, Nikos auch ein sehr talentierter, guter Künstler, das passt auch dazu. Also ich sage immer, wenn man reinkommt, muss das erstmal diese Wow-Effekt haben. Und so habe ich auch mein Läden gebaut. Und so muss ich auch sagen, großen Lob an euch, weil so hast du auch deinen Laden gebaut. Und das kriegt man, man kriegt wie diesen Wow-Effekt. Und das glaube ich auch, dann hat man auch ein viel besserer Alltag da. Silber da so arbeiten, man ist ein Stolz, ein Inhaber, wenn man da reinkommt. Und wenn man kommt als Käufer, dann kriegt man auch einen viel besseren Eindruck. So, zum das Letzte, bevor wir enden müssen, leider erzähl uns wieder über den hübschen Königseck. Weil ein Königseck habt ihr ja auch noch stehen. Ein Königseck! Ja, also wir haben natürlich die unterschiedlichsten Marken, wie du euch schon angesprochen hast, und auch einen wunderschönen Königseck. Für uns ist natürlich das Tolle an genau ähnlicher Situation. Wir versuchen natürlich auch Produkte zu haben, die sehr einfach und unkompliziert sind. Natürlich, wie bei Königseck, hast du eine kleine Serie. Und da ist natürlich jedes Auto, was sich auch entwickelt oder beziehungsweise produziert wird, mit in der Entwicklung drin. Wir haben einen wunderschönen CCXR. CCXR ist der Name? Genau. Einmal blenden wir hier ein. Ja, den wir da haben. Und für uns gehört das Auto einfach in eine Kollektion, weil wir die Empfindung haben, dass nicht nur allein die Wirtschaftlichkeit, die bei dem Auto vom Verkaufspreis zu den aktuellen Werten... Und das ist voll Carbon, ne? Also genau, Königseck produziert alle Bauteile aus Carbon. Wahnsinn. Also das ist so. Das ist schon sehr beeindruckend. Bugatti auch, soweit ich weiß? Ja, also du hast natürlich bei Bugatti manchmal in der Produktionsabhängig, manche Teile, die wurden aus Aluminium gefertigt. Aber prinzipiell sind das Carbon, also das Monocoque und viele Anbauteile aus Carbon. Jetzt bei Königseck ist das vollumfänglich aus Carbon. Du hast natürlich manchmal die Option, dass du die, ihr kennt das ja alle, diese Sicht-Carbon-Optik hast. Da kannst du gegen Aufpreis natürlich diese Sicht-Carbon-Option wählen. Persönlich ist das immer so abwägbar. Manche Kunden finden das toll, weil es natürlich auch eine viel mehr filigrane Arbeit benötigt. Es ist schon beeindruckender Anblick, so eine Voll-Carbon-Karosse. Ich bin sehr gruselig. Also Voll-Sicht-Carbon. Auch weil es ein Nachbarland ist für Dänemark. Das ist ja schwedische Hersteller. Ja, absolut. Also Königseck ist wahnsinnig interessant. Also wirklich für uns auch ein toller, ich will nicht sagen Kontrast, aber irgendwo ein anderer Bereich. Aber trotzdem auf dem gleichen Segment oder auf der gleichen Ebene wie Pagani. Pagani würde ich mehr beschreiben als diese künstlerische Leonardo da Vinci-Wahrnehmung. Italienisch. Genau. Und Königseck würde ich halt als nordisch, aber dafür sehr, sehr, sehr technisch beschreiben. Das hast du perfekt gesagt. Ja. Auch wie die gebaut sind. Ja, und das finde ich halt sehr beeindruckend, wie dort die Technik und die Entwicklung bei Königseck stattgefunden hat. Und natürlich auch nicht nur allein, weil der Gründer Christian von Königseck natürlich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit ist, die natürlich auch relativ früh schon diese einzigartigen technischen Arbeiten in das Auto eingeflogen hat. Und ja, also man muss ja immer für die Zeit denken, wo das Auto dann ausgeliefert worden ist. Und das ist natürlich wahnsinnig intensiv gewesen. Wie viel PS hat er? Also der ist jetzt knapp. Ich müsste selber nochmal nachgucken. Aber du hast auch so viel Ausdruck. Ich bin mir immer so übertreibend, dass ich das überhaupt weiß von allen, die verschiedenen Märkten. Tatsächlich müsste ich echt nachgucken. Aber den kann ich nicht. Aber du hast auf jeden Fall Bio. Der CCXR. Genau. Darf ich ganz kurz fragen, ist das der Viersitzer? Nee, Viersitzer ist es nicht. Das ist der Gemära. Genau, Gemära. Gibt es immer einen Königseck der Viersitzer? Ja, es gibt einen neuen Königseck Viersitzer. Königseck Gemära. Und hat aber zwei Türen, glaube ich. Genau. Zwei Türen, aber vier Sitze. Genau. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. Ja, du kannst dir das ähnlich vorstellen, vielleicht von der Dimension her, wie beim Panamera. Okay, außer in der gleichen Form. Genau. Nur, dass du halt wirklich nur zwei Türen hast zum Öffnen. Natürlich ist das jetzt ein anderes Konzept wie bei dem CCXR oder bei den CCX-Modellen. Würdest du das immer noch als Hypercar betiteln? Also, das... Das ist fraglich, oder? Es ist natürlich ein sehr schwieriges Wort, weil ich weiß noch, wie es anfing. Da hieß das Supercar. Das ist Hypercar. Also, ich glaube schon, dass für mich in meiner persönlichen Definition ein Hypercar einfach was ist, was wirklich über alle Normen des Supercars hinausschlägt. Und ich würde eher sagen, dass es schon viele Supercars gibt, aber weniger Hypercars. Und da, glaube ich, gibt es dann doch auch andere Fahrzeuge noch, die den Titel fragen dürfen. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar an euch beide. Seid ihr selber schon mal Bugatti gefahren? Oh ja, das war auch eine wichtige Frage. Das würde ich auch gerne wissen. Manuel? Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, durch die Zeit bei Bentley damals und Bugatti, bin ich in den Genuss gekommen, mitzufahren, auch auf der Straße. Selbst gefahren, tatsächlich in geringen Geschwindigkeiten nur auf dem Gelände. Aber alleine das Mitfahren, das ist nicht in Worte zu fassen. Ist ja wirklich super, spürt man wirklich die Verschiedenheit von einem normalen Sportswagen? 16 Zylinder, 4 Turbolader, Bro, weit über 1000 PS. Der Chiron Supersport hat, glaube ich, 1500 PS, richtig? Der fährt bis 450 kmh, Bruder. 450 kmh, da kriegst du keine Luft mehr. War das da mit diesem coolen Typ, da kam aus, war das aus Holland oder wo kam er? Und dann wurde er auch irgendwie diesem ganzen bürokratischen Typen da, hat ihm angezeigt, weil er hat ja nichts Falsches getan. Das war auch alles entlassen gegen ihn. Aber da hat er auch seinen Bugatti auf die deutschen Autobahnen gefahren. Und dann hat er 430 gefahren oder so in den. Und einer hat das gefilmt, das ist erst nebenbei. Ja, ist ja nicht verboten. Nein, ist es nicht. Aber das war so ein großes Thema und das ist top viral gegangen. Meine Frage ist nur, ob ich vielleicht von dieser Geschichte kenne, was für eine Bugatti das war. Aber das war ja 100%ig, denn so eine wie du das da sagst, mit so viel Pest. Ich weiß nicht, ob der Veyron auch 430 fahren kann, das weiß ich nicht. Ja, ist natürlich immer, wir haben es jetzt nicht gefahren und natürlich, das ist ähnlich wie PS-Anzahlen und Beschleunigungswerte. Alles, was manchmal draufsteht, ist natürlich immer die Frage, ob es dann wirklich in der Realität auch abrufbar ist. Weil das fängt ja auch immer damit an, bei wie viel Grad misst du und wie misst du und all diese Themen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wird man eigentlich feststellen, wie schwierig es eigentlich ist, solche Daten richtig zu erfassen. Das ist richtig. Und mental zu erfassen. Aber man kann, wie du da gerade gesagt hast, von den Herstellern, auch diesem, was da steht in der Pia, als Beispiel bei der Competition, was ich gerade, und da stand, ich habe den auch mit dem M-Drivers Package, also da ist Nikkei Limit bei 250, aber dann soll der 270 fahren. Aber ich habe schon 300 in den gefahren. Und als Beispiel bei der ersten Lamborghini, die das hatte in den Huracan, da hatte ich 352 gefahren. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die ich in meinem Leben gefahren habe. Wow, das bist du gefahren, Bro? 352, ja. Das ist aber toll. Bei mir ist das, mein Höchstes war 311 in dem GTS damals. Aber Dominik, du hast die Frage nicht beantwortet. Ja, tatsächlich. Also Bugatti bin ich schon öfters gefahren. Auch schnell? Auch schnell, weil es Part of the Job ist. Erzähl mal. Erzähl mal vom ersten Mal und welches Modell war das? Sehr spannend, sehr spannend. Also für uns ist es vorab natürlich immer, es sind immer zwei Herzen dabei. Also zum einen ist es natürlich so, dass wenn wir ein Fahrzeug ausliefern, wir dafür natürlich Sorge tragen müssen, dass wir es auch ordentlich geprüft haben. Ja, natürlich, aber da musst du erstmal ordentlich rausgefahren sein. Du, den musst du ja prüfen, sagt er dann. Ja, das ist auch eine Wahrheit dahinter. Die nächste Prüfung übernehme ich. Ich melde mich auch zur Prüfung. Tatsächlich ist es aber auch emotional, weil es natürlich, wenn man diese Leistungswerte versucht abzurufen, natürlich ein emotionaler Moment ist. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch professionell genug, um zu schauen, zu hören, wie verhält sich der Motor, ist irgendwie ein Windgeräusch, wie funktioniert die Bremse, wie funktionieren alle Komponenten am Fahrzeug. Also man muss da schon sehr bedacht mitfahren, sodass die Emotionen natürlich nicht übersteigen. Aber wie hat das Sie angefühlt? Das ist das, was wir wissen wollen. Also für mich Bugatti ist einfach ein wahnsinniges Gefühl. Also Leistungsentfaltung. Hat er ein geiles Sound auch? Also der Sound ist nicht vergleichbar wie jetzt zum Beispiel die Italiener, wo du eine hohe Drehzahl hast. Aber du hörst halt einfach, dass wenn du den anmachst schon oder beschleunigst, dass das halt böse endet. Das ist ein geiler Antwort. Das ist halt wie so, man kann das vergleichen halt wie mit den Hunden, Bälle, Hunde beißen nicht. Und so ähnlich fühlt sich das halt auch an. Also in dem Augenblick, wo du wirklich Gas gibst und diese Leistungsentfaltung hast, da wirst du überwältigt von diesem ganzen dumpfen Motoren-Sound, der wirklich brachial dir zeigt, wie die Leistungsentwicklung von so einem Fahrzeug funktioniert. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Chance kriegte, entweder mitzufahren oder selbst zu versuchen. Das kriegen wir hin, Bro, das kriegen wir hin. WBPS hast du abgerufen, sorry für die Unterbrecher. WBPS hast du abgerufen, wird ja angezeigt in Bugatti, richtig? Ja, im Sinne der Probefahrt müssen wir natürlich alles rausholen. Und das machen wir auch. Also wir sind da wirklich sehr professionell und wollen auch sicherstellen, dass wir wirklich alles geprüft haben. Und da gehört es auch dazu, dass wir natürlich das Maximum von dem Auto verlangen. Wahnsinn. So, Freunde, wir müssen jetzt den Podcast beenden. Vielen Dank für euer Besuch. Das war sehr interessante Gespräche. Ihr habt uns alle bereichert. Und wir können sitzen, wir sind ja auch schon über den Zeitlimit gegangen, weil das einfach so interessant ist, weil wir alle Autos lieben. Deswegen können wir sitzen in diesem kleinen Raum hier den ganzen Nachmittag. Aber ihr müsst ja auch wieder auf euren Fluch und all so Sachen. Wir müssen auch ein bisschen Bilder nehmen und so weiter und so fort. Also ich muss von mir aus sagen, erstmal einen großen Dank an Manuel, weil ohne Dick ist das gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank, mein Lieber. War mir eine Ehre. Dankeschön. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, auch Dick kennenzulernen. Mich ebenfalls. Dominik, danke für dein Fachwissen. Danke für deine Anwesenheit. Vielen, vielen Dank. Nein, vielen Dank, dass wir kommen durften. Also auch großes Kompliment an euch. Also wirklich beide super Typen. Und so viel positive Energie hier gestrahlt bis nach Köln. Uns ist immer wichtig, dass man das nach einem Treffen, dass alle Energie mit nach Hause nehmen. Und keiner sich Energie beraubt fühlt. Keiner soll quasi mit einem Minus rausgehen, sondern nur mit einem Plus an Gefühlen und Motivation. Das ist immer sehr, sehr wichtig bei jedem, mit dem wir Zeit verbringen. Wir wollen nicht mit Energieräubern zu tun haben. Nee, genau. Auch nochmal von meiner Seite, Mats, vielen lieben Dank für die Einladung. Das ist uns wirklich eine sehr, sehr große Ehre, hier mit dabei sein zu dürfen. Bereitet uns wirklich sehr viel Freude. Wie es schon erwähnt wurde, wir nehmen ganz viel mit. Und auch Harry, dir vielen lieben Dank. Mats, weist es bereit. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von dir. Danke, Manuel. Vielen, vielen Dank. Du musst dir im Auge irgendwann zertövieren. Das kriegen wir hin, kein Problem. Das wollte ich gerade im nächsten Step sagen. Das wäre mir genauso eine große Ehre, wenn wir uns vielleicht mal in deinem Studio irgendwann wiedersehen. Na klar, kein Problem. Kommen vorbei, machen wir was aus, kriegen wir hin. Vielen lieben Dank. Okay. Freunde, Dominik. Danke, Dominik. Danke für euch. Boni. Super. Vielen Dank, High Pressure Podcast. Dankeschön. Ja, und nochmal zum Halte, bevor wir enden, folgen Armin Collection Cast auf Instagram. Unser hier ganz, ganz bekannten Stefan Ex-Simmer. Zimmer, Steph. Ja, mit den großen Biceps. Okay, danke. Und gute Geschäfte euch, Jungs. Vielen lieben Dank. Danke.